hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holzton tv sagt euch der opa mario der alte sagt auch so getroffen ja mal gleich sehen dann war es ein bürger prima weiter so ja was war die sache ich freue mich schon wenn alle schläger ausgerüstet aufgerüstet sind weil aufgewertet und wir dann eine weile damit gespielt haben und dann die fähigkeiten richtig nutzen können der schläger das wird bestimmt interessant jetzt ich mache so mit zehn haben wir sowieso von der seite komme ich nur recht zu nehmen oder nicht ich glaube nicht von hohem gras zu hohem gras mehr power haben wir gar nicht dann können wir ja hier brauchen keine rücksicht nehmen dann brauchen wir nicht mehr power haben bleibt doch bitte liegen hier vorne scheiß das auch doof hat sich das wirklich so ergeben weil ich meine schätze ich mal schon wieder so doch voll die richtung ist gut die richtung ist sehr gut kann es langsam anhalten wenn wir nicht zurückrollen willst zum loch das ist der luker bade henni halte klappe jetzt kannst du sagen jetzt kannst du sagen sonst kommt man sich doch wenn das nicht klappt 6 gegen wind und schluss Scheiße, voll nach rechts, voll nach rechts. Hm, jetzt kommen wir dann nicht mehr hoch. Klub, scheiß. Mann, sind wir schwach. Ich bin ganz sicher, dass sie ihre Seiten setzten. Sie kommen sehr kurz. Hm. Wäre ja schön, wäre ja schön, aber. Mann. Ich bin verhungert. Unterwegs verhungert. Gut. Kaffee. Kaffee. Hm, hm. 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 Ja, das sind alle so. Wahrscheinlich auch solche, so wie ich solche, so sind die Blinkwische, so eine Anfänger, die sich freuen, dass sie dicke fette Scheibe vom Kuchen abhaben möchten. Waaah. So, haben wir geschafft. Gut. Gut. So, vier. Waaah. Guck dir das an, die Kacke. mit voller pulle kommen wir da nicht hin so auch es geht es geht so das sehr 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 wir schauen wir das die 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 sehr Short game has been especially sharp today, Luke. Very impressive. Solid power putt, Pat. He's currently tied for 11th. Power threes always offer up that hope of a hole in one. Hole in one? Mit meinen Schlägen oder was? Jo, na klar. So, hole in one. Ich hab froh sein, wenn der weg springt da, hole in one. Wir kommen noch nicht mal bis auf die Fläche da oben drauf. Guck dir an, hole in one, scheiß. Mit Rückenwind, mit drei Rückenwind, oder was halt, was man das macht. Der ist ja süß. So, da wollen wir hin. So, da rein. Ja, verrückt. Bisschen verrissen, ne? Bisschen. Ja, sorry, sorry. Tut mir ja auch leid, aber... Was soll ich denn machen? Ich bin mit den Nerven nervös und dann... Wie geht das in die Hose? Hast du ja gesehen. Ja, gut. 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 Ich bin mit dem, der Tony schon aufhört hat, ey. Ich bin mit dem, der Tony schon aufhört hat, ey. Ich meine, ärgert tue ich mich nicht drüber, ganz ehrlich gesagt. Weil, ist ja... Was ist jetzt der zweite Versuch oder schon der dritte? Ich weiß ja nicht. Zweites oder drittes Tony, wo wir versuchen, ihn zu besiegen. Ja, ich glaube, hier war das ein... Hier hab ich irgendwie... Ich hab da hinten die Fahne gesehen, die Fahne da und hab da voll durch die Bäume geschossen. So, und das ist natürlich witzlos. Weil es nur Chaos gegeben hatte. Da hab ich mir auch ein Boogie eingefangen. Die Räuse sind bereit für meine Vertrauen zu spielen. Nur drei zurück von der Europäse. wie man es macht es verkehrt war ich doch noch klein bisschen das kleine bisschen ruhig noch drauflegen können was ich noch hat dass er er hat hätte halt schon mal die klappe die sind nur am sammeln kannst als let's player kannst du ja gar nicht bitte nur würde ich sagen hey bitte gott sei dank haben wir noch einen so dann kann man rein next up is this two shot hole oh und 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 Der zeigt bei uns 265 an und das Loch soll 163 sein, oder? Verstehe ich das immer falsch. Und, wie ihr seht, wir können froh sein, dass wir überhaupt übers Wasser gekommen sind. Im Großen haben wir grob gesagt. Verstehe ich nicht. Ja, wenn ich mal nicht verschieben würde seitlich, dann wäre das jetzt das Hunter. Das geht's.